6.000 Euro bringt uns der Einzug ins Viertelfinale ein. Wunderbar. Ein Spieler ist verletzt, das ist natürlich Schamek, das wissen wir. Und Stantio fährt für Rumänien auf Länderspielreise und Adam für Ungarn, mit zwei Nationalspieler immerhin. So, ja, deine Leistung war nur mäßig, nimm's nicht zu schwer, Bruder, war doch alles okay. Hast zwar kein Tor gemacht, aber passt schon. So, nächstes Spiel, Universitatea Krajova ist mal wieder an der Reihe und El Zayn möchte spielen. Ich werde die richtige Entscheidung treffen, keine Sorge, Bruder. Das ist eine gute Antwort, das ist eine gute Antwort. Das heißt nämlich ungefähr gar nichts. Das heißt einfach nur, sei ruhig. So, Krajova, dann zwei Länderspiele, dann Potoschani in der Liga und dann das Halbfinalspiel in der Conference League. Und wir haben einen unangenehmen Gegner im Viertelfinale der Conference League, nämlich Nordgeant. Die haben gerade Olympique Marseille rausgehauen. Eieieiei, sag ich nur. Das wird ja auch alles andere als einfach. Gehen wir rein ins Spiel gegen Krajova. Die haben eine sehr, sehr gute Hauptrunde gezeigt. Mal schauen, wie es jetzt heute laufen wird. Für diese Mannschaft, aber auch für uns. Ene ist ein bisschen angenockt. Ich glaube, wir sollten wirklich mal die Trainingspläne bearbeiten. Denn momentan sind alle so ein bisschen zu oft platt. Das können wir uns in der derzeitigen Saisonphase eigentlich nicht erlauben. Wir haben einen ganz guten Kader, wie gesagt. Wir können rotieren, wenn es sein muss. Aber wir müssen es ja nicht unnötig oft darauf hinauslaufen lassen. Das muss man auch mal so sagen. So, Bonete kriegt heute mal eine Pause. Flemming kommt auf die Bank. Kouaku kommt auf die Bank. Ich glaube, diesmal habe ich ihn zum ersten Mal richtig ausgesprochen. Dann Butchur, warum nicht? Ahmad sitzt auf der Bank, weil warum nicht? Und dann haben wir doch einen Kader. Rittmüller ist noch ein bisschen platt. Soll er auch mal ersetzt werden. Heute durch Schmid geht nicht. Der ist ebenfalls platt. Dann nehmen wir mal Ionot Iné. Der ist ja ein gelernter Rechtsverteidiger. Und in der Innenverteidigung darf heute mal Werner ran für Hotti. Dann passt das Ganze auch. Also, gehen wir rein ins Spiel gegen Krajowa. Mal schauen, wie das Ganze laufen wird. Die Liga ist momentan durchaus ein bisschen aus dem Fokus geraten. Durch die ganzen Pokalwettbewerbe, in denen wir uns derzeit sehr gut anstellen. Also, let's go. Otze 0 in den schwarzen Trikots gegen in Weiß spielende... Alter, warte mal, warte mal, warte mal. Gegen in Weiß spielende... Warum startet das Spiel so übertrieben schnell? Das wirkt irgendwie falsch. Egal. Wir führen Martin Adam. 1-0. Da ist er doch. Letztens hat er sich noch für seine mittelmäßigen Leistungen entschuldigt. Und hier schnürt er gleich mal das erste Tor. Ist doch alles gut. Führung für Otze 0. Sehr, sehr schön. Martin Adam ist am Stüssel. Ja, es kam mir gerade auf jeden Fall sehr, sehr schnell vor. Jetzt wirkt es wieder ein bisschen normaler. Naja. Also, wir müssen die Trainingspläne unbedingt bearbeiten. Wir brauchen mehr Spieler, die auch fit sind. Und das ist der Ausgleich. Markovic mit dem 1-1. Blöd. Aber gut. Krajowa kann halt schon einiges. Das haben wir in der Liga gesehen. Gut kombiniert hier. Auf Livio Iné. Und der holt die Ecke raus. Stanzio. Erstmal geklärt. Stanzio. Zweiter Ball. Maxim. Livio Iné. Maxim. Und Maxim nimmt den Schuss selber. Nicht übel. Ecke. Ich glaube, Werner mit dem Kopfball, der allerdings am Tor vorbei geht. Kriowa. Über die rechte Außen. Sehr schön. Pop. Auf Yonotiné. Gut. Und das ist erstmal der Pausenpfiff. 1-1 steht's. Eine okaye Begegnung von beiden Mannschaften. Jetzt nicht so das große Feuer. Klasse Interception von Livio Iné. Und Pop versucht hier den Ball zu verteilen. Martin Adam tut das. Sehr schön. Hängt sich heute richtig ein. Der Ungar. Yonot auf Maxim. Wieder Yonotiné. Stanzio. Ball läuft gut. Da außen. Pop. Mit einem Abschlussversuch. Und ich muss wechseln. Ich darf nicht vergessen, dass man es hier immer deutlich früher machen muss, als man es von anderen Spielen gewohnt ist. Wer ist denn so ziemlich platt? Da haben einige, die schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Ja. Wen wechsle ich denn mal ein? Ich bin überfordert. Zu viele Möglichkeiten. Wir wechseln mal Polmann für Maxim. Flemming darf ins ZM. Bei Otelli darf man wieder in den Sturm. Weil warum nicht? Schenglong wird vor allem Achmed ausgewechselt. Ich würde sagen, das reicht erst mal. Das sind die Wechsel, die wir jetzt mal durchführen. Der Rest soll durchspielen. So der Plan. Und da haben wir die nächste Angrossmöglichkeit. Über Elzain. Dem fehlt natürlich ein bisschen Tempo. Hat man da auch gerade wieder gesehen. Also so ein optimaler Flügelspieler ist er nicht. Aber er ist schon nicht übel. Technisch sehr beschlagen. Das macht ihn für mich auf jeden Fall zu einer Option für die Außen. Jetzt in die Wechsel durch. Also mal schauen, ob Mario Barotelli hier seine gute Form weiterhin beweisen kann. Und jetzt Achtung. Das ist wieder Markovic. Das ist das 2 zu 1 für Krajowa. Ja, dann lassen wir mal die Offensive sprechen. Volle Offensive jetzt die Taktik. Gucken wir mal, ob das was bringt. Livio Ine. Schön gemacht. Schön durchgesetzt da außen die Flanke reingebracht. Die kommt allerdings nirgendwo an. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hinten natürlich nicht zu offen stehen. Früchtel ist da. Sehr gut. Naja. Am Ende verlieren wir mit 2 zu 1 gegen Krajowa. Das ist natürlich nicht geil. Das ist natürlich nicht super. Wir sollten jetzt auch mal schauen, dass wir wirklich mal ein bisschen besser klarkommen. mit der Liga. Die darf jetzt auch nicht komplett hinten runterfallen. Das ist wichtig. So. Ich sag mal, ein bisschen mehr Fokus auf Energie. Zumindest mal für die Spieler, die hier regelmäßig spielen. Balotelli. So. Ja. Ausgerichtet. Das lassen wir mal so. Okay. Bei ihm, beim Ersatztorwart, brauchen wir es nicht umändern. Bei Ine, der so selten spielt, auch nicht. Aber halt bei denen, die hier regelmäßig ran müssen, wie Marien. Bei Ahmed passen wir es mal ein bisschen an. Bei Fleming, dann passt das Ganze. So. Wunderbar. Gehen wir kurz in den Chat. Spieler Chats. Die mangelnde Spielzeit startet meine Karriere. Ich möchte daher wechseln und einen neuen Anfang wagen. Bitte erteilen Sie mir die Freigabe, damit ich endlich mehr spielen kann. Wow. Marvin Rittmüller sagt offiziell, dass er Otzel verlassen will, aufgrund von fehlender Spielzeit. Ich möchte mal kurz gucken. Ganz, ganz kurz mal gucken. Statistik. Ich hätte eher den Verdacht gehabt, dass Rittmüller hier einer der Hauptspielender ist. Die meisten Spiele hat Cheng Long gemacht mit 38 Stück. Bollisterno 37, Früchtl 35, Hotti 31, Maxim 30 und dann kommt Rittmüller mit 29 Spielen. Also eigentlich hat er schon sehr, sehr viel gespielt. Ist immerhin hier auf Platz 1, 2, 3, 6. Sechs meisten Spiele für unser Team gemacht. Und ich glaube, der hat, warte mal. Wenn ich mich nicht täusche, steht im Vertrag wichtig. Nicht, ähm, nicht Stammspieler oder Schlüsselspieler oder sowas. Ja gut. Was soll ich dazu sagen, Rittmüller? Ähm, dann lerne aus seinen Erfahrungen. Mach was draus. Ciao. Schade. Aber gut. Wir müssen eigentlich für den Rechtsverteigern sowieso eine Position, wo wir langsamer ran müssten. Ähm, insofern, na, ist halt jetzt so. El Zayn möchte sich bedanken. Das ist gut. Es kann nicht immer gut laufen. Passt schon. Und auch Bonete ist ein toller Typ. Kann man einfach mal so stehen lassen. So, dann gehen wir jetzt zurück zu Finnland. Rücktritt, Nationalelf? Ne, wollen wir gleich. Ähm, Wales und Spanien warten jetzt auf uns in der Europameisterschafts-Quali. Und dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal rein. Gegen Wales, das erste Spiel. Ich bin ganz ehrlich. Wir machen mal die Schnellsimulationen. Ich hab keinen Bock mehr, das jetzt anzuschauen. Wir verlieren 1-0 gegen Wales. Lawrence macht das einzige Tor. Das ist schade. Spanien verliert gegen Portugal. Wild. Und gegen eben jene Spanier spielen wir jetzt auch als nächstes. Ah ja, wir können El Zayn jetzt hier offiziell zum, ähm, Links-Mittelfeld-Spieler machen. Ich bin mal gespannt, was das macht. Das macht tatsächlich gar nichts. Das ist sehr spannend. Es macht tatsächlich überhaupt nichts. Das ist ja ernüchternd. Okay. Ich hätte gedacht, da könnte vielleicht was passieren. Darmstadt möchte Rittmüller kaufen. Ja, lol. Die Lilien, Alter. Ja. Was soll's. Rittmüller hat viel für diesen Verein getan. Er will weg. Ich leg ihm da nichts. Kannst dich mal entscheiden, Bruder? Bleib auf dem Teppich. What the fuck? Erst sagt er, er möchte den Verein wechseln, weil er zunächst spielt. Und dann sagt er, danke, dass er aufspielen darf. Es ergibt null Sinn. So. Finnland gegen Spanien. Wir kriegen eine 3-0-Abfuhr von Spanien. Schade. Also ich muss sagen, unser Trainer-Dasein in Ozzol gefällt mir besser als das in Finnland. Da läuft es nicht so richtig geil. Jugendspieler will weg. Zwei wollen weg. Okay, schauen wir uns an. Einmal Virgil Grigore. Der möchte weg. Außenverteidiger. Aber doch mit Nichten, Bruder. Mach doch sowas nicht. Wir holen dich mal hoch. Und auch Taman Nasser möchte weg. Der ZOMZM aus Egypten. Der gut Freistöße schießen kann. Ja, komm her. Ups. Doch nicht Entwicklungsplan. Ja, komm her. Auch du wirst übernommen. Und er hier ist auch stark. Holy shit. Karim Salih. Spezialbewegung. Fünf Sterne. Ist ziemlich schnell. Ballkontrolle. Ab mit dir in die Profis, Junge. So, haben wir gleich mal neue Spieler verpflichtet. Erste Amtshandlung. Wir gucken, welche Nummern die haben. Also Virgil Grigore aus Moldawien. Trikotnummer. 21 hatte er bis jetzt. Das kann man ändern. Du kriegst mal irgendwas mit der 60. 62 kriegst du. Dann haben wir... M-m-m-m-m-m-m. Hier ist er. Nasser kriegt die 27. Damit bin ich fein. Salih die 28. Aufregender Mann für die Zukunft. Super. Bin ich auch mit fein. Super. Weiter geht's. Wir speichern einmal. So, Finnland ist erstmal wieder erledigt. Wir haben erfolgreich zwei Spiele verloren. Jetzt können wir uns wieder auf unsere Karriere als Vereinstrainer konzentrieren. Das ist sehr schön. So, wer ist Matthäus Stopper? Und warum habe ich ihn gescoutet? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er hier vertragsfrei ist. Und Grigore schreibt. Also Virgil Grigore. Ich habe zu viele Spiele, die gleich heißen. Dass er davon geträumt hat. Jawohl. Du hast niemanden enttäuscht. Mach weiter so. Wieso hat sich der Ägypter nicht gemeldet? Was soll das? Wieso schreibt nur Grigore? Und Rittmüller wechselt zu Darmstadt. Damit ist es safe. Marvin Rittmüller. Vielen Dank, Bruder. Hat tolle Arbeit geleistet hier in Otzlöl. Hat die rechte Seite beackert. Wie kein zweiter. Wird schwer ihn zu ersetzen. Sag ich ganz, ganz ehrlich. Das wird gar nicht mal so einfach. Aber gut. Er wollte weg. Und jetzt ist er weg. Also, Marvin Rittmüller ist weg. Ist er jetzt sofort weg? Oder ist er erst zur nächsten Transferzeit weg? Erst zur nächsten Transferzeit. Wann ist die, ist die Frage? Ja. Dauert noch ein bisschen. Okay. Also Ende der Saison ist er dann weg. Da ist dann Schicht im Schacht für Rittmüller. Das heißt, wir spielen jetzt gegen Bottoschani. Und danach geht es im Pokal gegen den FCSB. Also, wir werden jetzt hier keine komplette B-Elf an den Start bringen, um die Leute zu schonen. Stattdessen spielen wir lieber gegen FCSB mit einer B-Plus-Elf. Wir werden sie als nächstes Spiel angehen. Wir dürfen Bottoschani nicht unterschätzen. Das ist schon immer ein Angstgegner von uns. Aber wer ist das nicht? Schaffen sie einen Platz in die Spitzengruppe? Wir sind in der Spitzengruppe. Verstehe die Frage nicht. Nächste Frage. Zuletzt hat ihr Team schwankende Leistung gezeigt. Ja, Conference League kühl und hier hot, ne? Wir werden zeigen, was wir können, Bruder. Glaubt mir. So. Alles klar. Danke. Dann noch einen schönen Tag, liebe Kollegen, sag ich schon. Das ist die Mannschaft von Bottoschani. Haben auch einen Butschul in der Mannschaft. So, und dann gucken wir doch mal. Alle nicht mehr so wirklich bissig aufgrund des Pokal-Poice-Lines. Joa. Achso, Schamek muss ja raus. Der ist ja angenockt. Joa, würde ich sagen, wir machen mal hier und da ein paar Wechselchen. Aber an sich ist das die Mannschaft, mit der wir spielen. Also, Otzlul gegen Bottoschani. Ungefähr die A11, kann man sagen. Also die erste Mannschaft Rittmüller von Anfang an. Sein Wechsel steht fest. Ihn zieht es zurück in die Heimat. Nach ein paar sehr erfolgreichen Jahren mit Otzlul. Oder? Naja. Wird sich zeigen. Kehrt er zurück nach Deutschland zu Darmstadt 98. Und wir haben die erste Chance gesehen durch Martin Adam. Der hier gleich mal den Schlussmann von Bottoschani geprüft hat. Sehr schöner Ballgewinn. Polmann. Auf Adam. Und das könnte... Oh, es gibt Freistoß sogar. Okay. Stanzio mit dem Freistoß. Und Anton Henné mit der Führung für Otzlul. Sehr stark gemacht nach dem Freistoß. Anton Henné hier richtig in Stürmermanier unterwegs zur Zeit. So ein ähnliches Tor hat er ja auch schon gegen Rapid erzielt. Gefährlicher Abschluss von Mailad. Auf geht's, Jungs. Ihr könnt das. Ihr könnt das heute gewinnen. Ich weiß es. Und ihr wisst es auch. Äh, nee. Verliert den Ball leider. Und jetzt heißt es hinterher gehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist ganz schwach. Und das tut weh. Mailad mit dem Ausgleich. Das war eine richtige Fehlerkette. Die sich da aufgetürmt hat. Bitter. Hotti sah auch nicht gut aus in diesem Angriff. Und da ist Bodystern. Alter. Hätte er direkt dafür sorgen können, dass das Ding null und nichtig ist. Schade. Stanzio. Adam. Oh, der muss drin sein, Alter. Riesige Chancen jetzt hier für Otzelull. Und es steht weiter 1 zu 1. 1 zu 1 zur Pause. Sehr unbefriedigend. Die Chancen waren groß. Gerade jetzt gegen Ende der ersten Hälfte. Hatten wir ein paar Hochkaräter. Und dass man die nicht nutzt, tut weh. Rein in die zweite Hälfte. Freistoß für Otzelull. Warum steht da drei Leute, Jungs? Was macht ihr? Adam. Adam. Junge. Was ist denn mit Martin Adam? Warum hat er so eine Ladehemmung? Nochmal Adam. Eh, nee. Polmann. Nee. Rittmüller. Stanzio. Antonin. Und da ist wieder Polmann. Wir machen gut Druck. Es kommt nur zu wenig bei rum. Wechsel. Zeit für Wechsel. Ich wechsle Bonete ein. Pop. Nicht. Weil Antonin in letzter Zeit einfach zu stark. Elzein darf mal ran. Und Maxim von mir aus. Der war zuletzt auch sehr engagiert. Flemming. Da ist Antonin. Nee, da ist Adam. Ja, Bodisterno. Nächste Ecke. Wechsel sind jetzt durch. Otzelull macht richtig Druck. Stand hier hat gerade richtig Bonete überrascht mit dem schnellen Weiterleiten. Das hat man schön gesehen. Auch in dieser Grafik hier. 1-1 steht. Die Frage ist, können wir hier noch was drauflegen und den ersten Sieg in der Meisterrunde eintüten. Schön gelöst. Spielerisch rauskombiniert. Stanzio auf Maxim. Rittmüller. Antonin. Ballverlust. Schöner Pass auf Rittmüller. Hätte eigentlich gewünscht. Er sucht selbst den Abschluss. Und dann ist am Ende ein 1-1. Und dann wird der erste Punktgewinn in dieser Meisterrunde. Immerhin muss man ja fast schon sagen. Immerhin nehmen wir mal einen Punkt mit. Wichtiges Ding. Wir gucken mal kurz in die Tabelle. Ja, Pokal hier. Pokal da. Wir gucken mal kurz in die Tabelle. Das ist richtig. Krajowa. Wir sind in der Meisterschaftsrunde. Und sehen also, das hier ist unser momentaner Stand der Dinge. Wir müssen mehr Punkte holen, sonst kommen wir nächste Saison nicht in den internationalen Wettbewerb. Außer wegen dem Pokal. Ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit in Rumänien auch gibt. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Jetzt auf jeden Fall Halbfinale im rumänischen Pokal. Wir spielen gegen den Krösus der Liga. Gegen Sterua Bukarest. FC SB heißt die Mannschaft heute. Es ist das 8. Spiel, das wir in dieser Saison spielen. Viel ist nicht mehr übrig. Halbfinale im Pokal. Let's go. Erstmal Pressekonferenz. Die nehmen wir mit. Mal schauen, was für Fragen gestellt werden. Hi everyone. Glauben Sie, Sie können gewinnen? Ja. Wenn wir gut spielen, siegen wir. Jo. Mal eine böse Antwort geben. Haben Sie sich gegen die Rivalen vorbereitet? Wir sind bereit. Auf jeden Fall. Zuletzt schwankt eine Leistung. Bruder, wir werden allen zeigen, was wir hier drauf haben. Let's go. Dankeschön. Danke für die dummen Fragen. So, das ist die Mannschaft von Sterua Bukarest. Eine Maschine. Eine gut geölte Maschine. Das muss man sagen. Und wir gucken, mit welcher gut geölten Maschine wir antworten wollen. Also, Bonete wird im Sturm spielen. Polmann, Stanzio, das passt. Schamek, immer noch verletzt. Für ihn werden wir wohl Fleming sehen. I guess. Rechte Außenbahn in Nähe ist ein bisschen platt. Dementsprechend kriegt heute Pop die bevorzugte Wahl. Bolli Stiano, ja, ist fit genug. Darf dementsprechend spielen. Wie sieht's hinten aus? Rittmüller ist nicht ganz so fit. Dann kann er heute mal draußen bleiben. Für ihn lassen wir mal... Ähm... Hier auch noch in der Nähe ran. Habe ich kein Problem mit. Der macht das gut. Es ist ein Spiel, was ich selber spiele. Und kein Conference League Spiel. Also lasse ich mal wieder unseren Ersatztorwart ran. Potoschni. Und da würde ich gerne auch nochmal die neuen, frischen Gesichter hier zum Teil wenigstens mit reinbringen. Ähm... Zum Beispiel Salih. Der macht einen sehr guten Eindruck. Hat gute Werte. Und da auch Antoine Neh so ein bisschen platte ist, können wir auch den rauslassen. Ähm... Ist eigentlich egal, wen wir da jetzt einwechseln. Oder auf die Bank setzen dafür. Ähm... Schauen wir mal. Nehmen wir mal... Boah... Nehmen wir mal McNamara, falls wir am Ende noch ein bisschen... Ein extra Punch in Sachen Tempo brauchen. So schnell ist der eigentlich gar nicht, ne? Weiß auch nicht, wieso ich den so maßlos überschätze für seine Geschwindigkeit. Geht eigentlich. Dann ist das unsere Elf. Ich bin damit zufrieden. Ja... Doch. Durchaus. Und hoffe, wir können... Zuschlagen. Gegen FCSB. Schau mal rein, Leute. Wir spielen. Das achte Spiel in dieser Saison, dass ich selber zocke. FCSB gegen Ozzelol. Und ich glaube, wir spielen sogar bei denen, also im Bukarest. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.